Der Pali-Kanon Die Frage nach der Authentizität der überlieferten Lehren Gautama Buddhas ist bis heute Thema wissenschaftlicher Auseinandersetzungen. Es liegen keine Beweise für eine Verwendung von Schrift zu Buddhas Zeit vor und es steht außer Zweifel, dass seine Aussagen memoriert und mündlich weitergegeben wurden. Eine Methode der Textbewahrung und Überlieferung, die völlig den Gepflogenheiten der vedischen Zeit entsprach. Insofern darf angenommen werden, dass der Pali-Kanon, der zwar als die älteste Überlieferung gilt, aber nicht aus dem Munde Buddhas selbst stammt, dennoch mit großer Wahrscheinlichkeit wesentliche Inhalte seiner Lehre bewahrt. Der Pali-Kanon verdankt seine Geschlossenheit, der verhältnismäßigen Stabilität, die der Buddhismus seit seiner frühen Einführung im 2. Jahrhundert vor Christus auf der Insel Lankar genoss. Eine immense Schwierigkeit und zugleich einen großen Vorteil für die Buddhologie bedeutet die Vielfalt der Sprachen, in die die Texte bereits sehr früh eingegangen sind und in denen ständig weitere Kommentare entstanden. Neben Pali und Sanskrit sind Chinesisch, Tibetisch, Mongolisch, Nepalesisch, Japanisch, Koreanisch, Singalesisch, Burmesisch, Thai, Laotisch und Vietnamesisch ebenfalls Sprachen des Buddhismus. In den zahlreichen Übersetzungen insbesondere chinesischer und tibetischer Gelehrter bietet sich die Möglichkeit, nicht mehr erhaltene ältere Sanskrit-Texte wiederzuentdecken und durch Textvergleich wiederherzustellen. Der Überlieferung zufolge fand bereits kurz nach dem Mahapari Nirvana, dem Ableben Buddhas, ein Konzil in einer Höhle bei Rache Grähe statt, dessen Ziel es war, sich auf eine endgültige Botschaft des Buddha zu einigen. Schließlich hatte er keinen Nachfolger bestimmt, sondern verkündet, dass nach seinem Tod der Dharma die Anhänger leiten würde. Die meisten Wissenschaftler halten es indes für sehr unwahrscheinlich, sogar unmöglich, dass die gewaltigen Textmengen des Pali-Kanons bereits während dieses ersten Konzils zusammengestellt wurden. Traditionell gilt jedoch, dass Ananda während des ersten Konzils 500 herausragenden Schülern mitteilte, was er persönlich aus dem Munde Buddhas vernommen hatte. Also jene Lehrreden im Suttapitaka, Korb der Sutren, die mit dem Pali-Satz Der Pali-Kanon verdankt seinen Namen der dem Vedischen und dem Sanskrit verwandten mittelindischen Sprache Pali, die bis heute die liturgische Sprache des Hinayana-Buddhismus geblieben ist. Vermutlich handelt es sich beim Pali um eine auf gesprochenen Sprachen fußende Kunstsprache, die sich in buddhistischen Kreisen als Textsprache des Kanons herausbildete und den wandernden Mönchen als Lingua Franca diente. Den ältesten bekannten Beleg für die heute übliche Verwendung Pali-Sprache liefert eine siamesische Schrift vom Ende des 17. Jahrhunderts. Durch die Mission des Herrschers Ashoka gelangte der Kanon unter anderem nach Lankar, wo er im ersten Jahrhundert vor Christus erstmals schriftlich niedergelegt wurde. Die für den Pali-Kanon häufig gebrauchte Bezeichnung Tipitaka, wörtlich Dreikorb, weist auf seine Einteilung in die Dreikörbe Pitaka. Ordensregeln, Lehrreden, und Cholastik hin. Der Ausdruck Korb soll daher rühren, dass man die erste, auf Palmblätter geritzte Verschriftung der Lehre in Körben aufbewahrt hatte. In der altindischen Literatur besteht im Allgemeinen eine starke Tendenz zu ausführlicher Aufzählung, Kategorisierung und Verzweigung. Auch die buddhistische Literatur weist diese Eigenschaft auf. Für ein grundlegendes Verständnis ist die folgende, vereinfachte Darstellung der Dreiersystematik des Pali-Kanons ausreichend. Erstens, der erste Korb ist der Vinaya Pitaka, in dem die Ordensregeln für den Sangha festgehalten sind. Er setzt sich aus zwei Hauptteilen zusammen. Seine Grundbestände gelten als die ältesten Textschichten des Kanons. Die 227 Artikel des Parti Mokar sind das eigentliche monastische Regelwerk, in dem die Vorschriften für das Leben der Mönche und Nonnen niedergelegt sind. So werden beispielsweise Mord, Diebstahl, Unzucht auch mit einem Tier oder sich als ein Arhat, ein Heiliger auszugeben, mit Ordensausschluss geahndet. Weitere, leichtere Vergehen sind Verleumdung, Streitsucht, Unkeuschheit, Lügen, Ungehorsam, Esslust, Besitzgier etc. So ist das Berühren einer Frau, selbst wenn es unabsichtlich geschieht, auch heute noch für die meisten Mönche ein sittlicher Verstoß. Die Nonnenregeln beinhalten neben diesen Vorschriften noch eine Vielzahl anderer Einschränkungen. Der Sutta Vipangra kommentiert und erläutert die Regeln im Patimokka. Der zweite Hauptteil, Kandaka, illustriert in den beiden Büchern Maha Vaga und Shula Vaga anhand von Legenden und Fallbeispielen die Regeln. Es treten darin auch berühmte Gestalten aus der Buddha-Biografie auf, beispielsweise der reiche Gönner Anatha Pindika oder der Verräter Devadatta. Außerdem enthalten sie detaillierte Vorschriften hinsichtlich der Kleiderordnung, des Verhaltens im Krankheitsfall, während der Regenzeit, bei Feierlichkeiten etc. Im späteren Anhang Parivara wird bereits über die Konzile von Rajagrihe und Vaishali berichtet. Zweitens, wichtigster Textkörper und sozusagen das Herzstück des Kanons ist der Suttapitaka, Korb der Sutren, in dem die Lehrreden des Buddha festgehalten sind. Sie sind die wichtigste Quelle für die Inhalte der ursprünglichen Lehre und folgen alle einem bestimmten Erzählschema. Erzähler ist der Jünger Ananda, der mit den Worten Das habe ich gehört seinen Bericht beginnt. So dann folgt eine Schauplatzbeschreibung, zum Beispiel Zu einer Zeit weilte der Erhabene bei Savati im Siegerwalde im Garten Anatha Pindikos. Also im von Anatha Pindika gestifteten Jetavana in Schravasti Anschließend schildert Ananda wie ein Fürst, ein Brahmane oder ein Mönch Buddha seinen Gruß entbietet, sich seitwärts Upanisat zu ihm niedersetzt und ihm eine Frage stellt, die Buddha ihm daraufhin mit einem Gleichnis beantwortet. Der Fragende nimmt die Belehrung erfreut auf und schließt Buddhas Gemeinde an. Einige dieser Lehrreden sind auch an die Mönche und Jünger gerichtet. In diesem Fall endet das Sutta mit den Worten »So sprach der Erhabene«, die Mönche aber nahmen das Wort des Erhabenen mit Freude auf. Der Sutta Pitaka ist entsprechend der Länge der einzelnen Lehrtexte in fünf Sammlungen unterteilt. Die Janikaya längere Sammlung bestehend aus 34 längeren Texten dessen wichtigster das Mahaparinip Banasutta ist. Die Schilderung der letzten Tage Buddhas und seines Todes. Maji Manikaya mittlere Sammlung bestehend aus 152 mittellangen Texten, von denen einige zu den berühmtesten Episoden des Kanons gehören, wie die Lehrrede über Buddhas Erwachen. Samy Uttanikaya zusammengehörige Sammlung bestehend aus 2889 nach Gruppen geordneten Predigten, zu denen auch die Predigt vom »In Bewegung setzen des Rades der Lehre gehört«. Anguttara Nikaya Angereite Sammlung bestehend aus je nach Zählung 2308 oder 2363 Stücken, die nach einem ungewöhnlichen formalen Prinzip in elf Bücher eingeteilt sind. Als Klassifikator dient die einen Lehrinhalt dominierende Zahl. Etwa gehört die Lehrrede über die drei Arten von Mönchen zu den Dreiertexten. Kuddha Kanikaya Sammlung der Bruchstücke bestehend aus 15 getrennten Werken, darunter das wohl in Europa berühmteste Werk des Palikanons der Dhammapada, der in 423 gebundenen Versen, die in 26 Kapitel gegliedert sind, die wesentlichen Punkte der Lehre Buddhas behandelt. Zur Sammlung der Bruchstücke gehören auch die Lieder der Mönche und Nonnen beziehungsweise der Älteren, Teragata und Terigata. Außerdem beinhaltet das zehnte Buch des Kuddha Kanikaya 547 Jataka aus volkstümlicher Überlieferung stammende Geburtsgeschichten über die Vorleben Buddhas. Drittens Der Abhidhamma Pitaka Der Korb der vertieften Leere Im Deutschen auch als Kanon der Scholastik bezeichnet gilt als jüngster Teil des Kanons. Die darin enthaltenen sieben Schriften sind gewundene und ausführliche Definitionen und Aufzählungen gewisser Eigenschaften und Phänomene. Von besonderem Interesse ist der Text Katawatu in dem von den herrschenden Dogmen abweichende Irrlehren diskutiert werden. Hier wird deutlich, dass der Buddhismus bereits in der Phase seiner Entstehung Gegenstand akademischer Forschung und Lehre geworden war, wie sie zum Beispiel an der großen Kloster Universität Nalanda betrieben wurden. Aus 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 Untertitelung des ZDF, 2020